Jo Freunde! Ist euch auch so ein bisschen kalt hier in dieser schönen Wunderwelt? Also mir ja. Und ja, willkommen wieder zurück zu Yoshi's Woody World hier in der Eiswelt. Wir sind gerade richtig gut bei der Sache. Wir haben fast alles gefunden hier in der Welt. Wir haben sogar die ganzen... ähm... Die Gartens laufen sehr gut. Wir haben eine Sonnenblume übersehen. Warum haben wir wieder eine Sonnenblume übersehen? Hier hätte noch irgendwo eine Sonnenblume sein müssen. Wieder mal fehlt uns eine Sonnenblume. Das ist nicht gut. Das ist sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Darum war aber keine mehr, oder? Nein, nimm es mich los, du blödes Viech! Mann, oh. Immer wenn ich gerade meine Dings habe, vernehre ich immer, war ich... Mann, oh. Okay, eine Saison. Wir haben eine Sonnenblume verpasst. Na, wenigstens gehen wir den Yoshi. Guck mal, wir haben den Yoshi noch nicht komplett, aber... Also, wir haben alle Dinger gefunden, aber noch nicht die Yoshi, also die kompletten Yoshis. Aber dieses Mal, glaube ich, kriegen wir alle, ähm... ...alle Dinger. So, du komm her, komm her, meine Riese, komm her! Oh, er ist zu scheiß geworden. Ist das nicht schön? Halt, da muss ich hin! Nun, da muss ich doch hin! Hier befindet sich der letzte Gang! Nein. Ey, Riese, kommst du noch mal bitte noch mal her? Äh, Fetti! Fetti Staletti! Kommst du noch mal her? Fetti! Nein, der Fetti kommt nicht! Äh, Fetti! Ey, ich bräuchte dich noch mal! Fetti! Mann, oh Fetti, komm her! Ah, da muss ich mich eben sterben lassen! Mann, nur runter! Ich will runter! Ja, Schino, du musst sterben, bitte! Ich will den Fetten! Wo ist der Fette? Warte mal, mach ich mal folgendes. Warte mal, ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Der Schnelltrick 17! Und wieder runter! Dann müsste der Fette ja eigentlich wiederkommen. Ja, die Gegner kommen wieder, also ist der Fette auch wieder da. Gut, 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 gut! Da brauch ich mich nicht töten lassen! Düdeliling, 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 düdeliling! Ich hoffe, das Geheimnis ist jetzt auch wieder nicht weg! Düdeliling, düdeliling, düdeliling! Warum kommen alle wieder außer der Fette? Fetti! Nein, Fetti kommt nicht wieder! Achso, ich kann's auch mit der Dings machen! Okay, gut, ich brauch den Dicken nicht! Alles klar! Ich dachte, ich brauch jetzt den Dicken! Aber nein, wir brauchen den Dicken nicht! Wir können nicht hier rein! Juhu! Doch nicht erledigt! Gut! Cool! Jetzt will ich aber wenigstens noch den Jörg-Volljörgi haben! Da ist er! Wie soll ich den jetzt durchschießen? Hä? Ich muss den doch da durchschießen! Oder? Hä? Wie soll ich denn den jetzt da durchschießen? Nee! Moment! Hier muss doch irgendwo ne... Warte mal! Hier muss doch irgendwo ne Dings sein! Nee! Hä? Nein! Wie soll ich denn da durchkommen? Ich muss auf jeden Fall den da durchschießen! Aber geht ja nicht! Weil der... Du musst doch zu Eis werden! Hier ist nichts! Hier ist keine Eismelone! Warte mal ganz kurz, kann ich die Eismelone hier durchnehmen? Ich hoffe nicht! Hier ist der... Da ist nichts gewesen, Freunde! Warte mal! Ich hole mir mal ganz kurz so ne Eismelone! Mann! Ein blöder Fisch, dass mir was kommen würde durchdacht! Bitte nicht irgendwie gegen ihn in eine Pflanze werfen! Mann! Danke! Blöde Mistpflanze! So, jetzt habe ich eine... Jetzt habe ich die Wassermelone im Maul. Ich hoffe, ich habe sie immer noch drin. Ich hoffe nicht. Ich glaube da nicht mehr. Nein, ich habe keine Wassermelone. Hier ist keine Wassermelone! Hä? Da ist doch kein... Hier muss doch irgendwo eine Wassermelone sein, damit ich da durchkomme, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Hier ist keine Wassermelone! Ich muss doch da einen Tüten durchschießen! Oder seht ihr irgendwo hier eine Wassermelone? Ich sehe keine Wassermelone! Und ich kann auch sein Eis nicht einsaugen! Guck mal, ich muss doch irgendwie den da kriegen! Okay! Hä? Oder muss der mich einfrieren? Ach so! Äh! Okay! Wer soll denn darauf kommen? Alles klar! Okay, der Typ kann mich einfrieren und mich dann wegkicken! Äh! Okay, aber geile! Coole Sache auf jeden Fall! So, frieh mich mal ein! Frieh mich mal ein, habe ich gesagt! Frieh mich mal ein, bitte! Ach so! Warte mal! Jetzt nochmal bitte einfrieren! Na, wie geil ist das denn? Wir haben den Yoshi! Sehr, sehr cool! Und zwar einen, einen blau-weißen Yoshi! Das finde ich cool! Ein blau-weißer Yoshi finde ich genial! Aber es fehlt mir immer noch... Ah, mir fehlt ein Stempel! Der war bestimmt bei dem letzten! Oh! Äh, das war zu weit! Aber egal! Wir haben es geschafft! Cool! Bam, bam, ba-da-dam, dam! Hauptsache wir haben den Yoshi! Ey, das ist ja auch fies auf jeden Fall! Dass du, dass du da... Dass du dich einfrieren lassen kannst! Nur um durch diese kleine, kleinen Spalte durchzukommen! Auch geil! Okay, wieder leider nur ein Stempel! Okay, das mit den, mit den Herzen war auch ein bisschen blöde! Aber nur eine Sonnenblume fehlt! Naja, gut, okay! Naja, naja! Könnte besser laufen! Aber auf jeden Fall finden wir alles! Und ich finde die Eiswelten so schön! Muss ich ganz ehrlich sagen! Die sind sehr, sehr schön gemacht! Hä? Warum kriegen wir jetzt im Bonus-Level, wo wir in Lava sind? Das war noch die Lava-Level! Also ich habe echt nicht herausgefunden, ob man das irgendwie schneller machen kann hier, dass man mehr Punkte ergreifen kann und so weiter, da habe ich echt kein... Kein Ding gefunden oder sonst irgendwas! Egal! 2000 Punkte reichen vollkommen aus, muss ich ganz ehrlich sagen! So! Oder ja, 2350 reicht! So! Nächstes Level, liebe Freunde! Von der Welt! 5-3! Jawoll! Ach ja! Eine Sache muss ich euch kurz erzählen! Ähm... Während... Während... Also ihr habt mir... Ich habe ja extra umgefragt, ob ihr was dagegen habt, wenn ich ein bisschen was off-screen mache! Das Coole ist gewesen, ihr habt gesagt, nö, das ist kein Problem und so weiter, kannst du durchmachen! Und äh... Wir freuen uns ja, wenn du dann alles machst! Und da kommt der Yoshi! Das ist ein... Na gucken, wie er heißt! Ein Gletscher Yoshi wurde wieder zusammen gehäkelt! Oh, bis jetzt alles nur blau! Finde ich schön! Finde ich toll! Oh! Ein Flügel, das habe ich! Und ja! Ihr habt ja gesagt, ihr habt ja nichts dagegen und so weiter, was ich voll toll finde! Und ähm... Ich habe mal ein bisschen in der Welt viel weiter gemacht! Ich habe ein bisschen ausgesucht und so weiter! Und habe ähm... Fast überall die Stempel gesammelt! Die ähm... Die ganzen Garns und so weiter! Habe ich aus Versehen bei der Welt 4-3 gesammelt! Das war ein bisschen blöde gewesen! Die wollte ich eigentlich gar nicht sammeln, weil ich die ja mal zeigen möchte und so weiter! Ich hoffe ihr seid mir da nicht böse! Das war echt ähm... Aus Versehen passiert und so weiter! Was ja eigentlich mein Ziel gewesen war, war wirklich halt die ganzen Stempel zu sammeln! Und das habe ich auch gut hingekriegt! Also ich habe jetzt wirklich in der Welt 4-3 habe ich die Stempel komplett gesammelt! In der Welt 4-7 habe ich alle gesammelt! 4-6 habe ich alle gesammelt! Ich habe also wirklich jede Welt mit Stempeln komplett fertig gemacht! Problem ist jetzt leider wirklich nur halt die Welt 4-3 mit den Garns und so weiter! War ein bisschen blöde! Muss ich ganz ehrlich sagen! Dann die Welt 4-4 ist... Ja gut! Da war es ein bisschen blöde gewesen mit dem einen Stempel! Den habe ich einfach nicht gefunden! Auch mit den ganzen Herzen nicht! Die eine Sonnenblume glaube ich habe ich auch irgendwo gesehen! Weiß ich jetzt aber nicht mehr! Die fehlt 4-7! Ja die kann noch ein bisschen problematisch werden! Weil da muss ich auch noch gucken wo die letzte Sonnenblume ist! Und die Welt 4-8! Nein! Ey das! Wirklich! Ich habe bei meinem zweiten Spielstand habe ich gesucht und gesucht und gesucht! Ich habe es zwar gefunden! Aber das war ein Akt der Unmöglichkeit! Das ging gar nicht! Es ging überhaupt nicht! Ihr seht ja was... Zwei Garns... Drei Garns müssen noch gefunden werden! Dann noch drei Sonnenblumen und so weiter! Das mache ich auf jeden Fall! Mit Hilfe des ähm... Dieser versteckten Sachen und so weiter! Weil sonst findest du die nicht! So! Gehen wir weiter in die Welt 5-3! Weil da wird es ja jetzt schön werden! Mit einem fliegenden Teppich! Und ich spiele natürlich mit dem Gletscher Yoshi! Ich glaube mal diese Welt hat alles nur äh... Blaue Yoshis! Also sie sieht so aus! Weil wir haben jetzt zwei äh... Blaue Yoshis gefunden! Und es ist halt eine Winter Wonderland! Da passt einfach nur halt sowas! Und die Welt heißt... Fliegender Teppich! Jawoll! Los geht's! Und ich nehme... Oh, die sind diesmal umsonst! Ähm... Was nehme ich denn mit? Ich zieh... Ich nehme mal den mit einfach mal! Du ziehst die Tims magisch an! Ich mach das einfach mal! Er zeigt mir ja nicht die versteckten Sachen an! Nur die anderen Sachen! Ich finde das ist noch okay! Zum ersten Mal beobachten! Des Levels! So! Da sind wir mit dem Gletscher Yoshi! Mit dem fliegenden Teppich! Mal ohne Witz! Diese Welt erinnert mich irgendwie an ähm... Dem... Spiel... An das Spiel Aladdin! Von den Super Nintendo! Und zwar da gab es nämlich einen Genie Level! Und da sind wir auch mit einem fliegenden Teppich unterwegs gewesen! Das sieht so ein bisschen so aus, wa? Ah, wenn ich also hoch springe... Dann fliegt der länger! Ah, haha! Warte ich mir mal gerne da mal hin! Na, 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 na! Ne, schon! Ah, der fliegt aber nur wenn ich hier hoch... Also hoch springe! Und so, wenn ich also runter drücke! Alles klar! So fliegt dann also höher! Das hätten sie anders machen können! Und zwar nicht, wenn ich durch springen das mache, Sondern durch... Ich bin mal kurz ein bisschen höher! Ne, oben ist nichts mehr! Dass man halt sich so ähm... nach oben guckt! Wenn man so nach oben guckt, dann werden wir halt vorgeflogen! Aha! Ein schwarzes Garn! Alles klar! Wow! Das war zu... zu schnell runter! Ah! Geh weg, du! Blödes Ding! Nein! Hallo? Danke! Ah, okay! Die Musik finde ich nicht so schön! Hätten sie eine andere mal eben können! So eine so ne... So, was wollte ich grad sagen? Und zwar... Da gibt es so ein... Ich habe ja auch Aladin Let's Played! Das ist super nett, wenn du spielst! Da gibt es halt wirklich so ein Level, wenn du mit Genie unterwegs bist! Ja, dem Genie, den lustigen Genie, den Flaschengeist aus Aladin, der ist einfach nur Hammer! Ach ja! Schade, dass der Synchronspecher Per Augustinski, der den gesprochen hat, leider schon verstorben ist! Der ist, man muss sich das mal vorstellen, der ist zwei Monate nachdem Robin Williams gestorben ist! Ähm, auch verstorben! Das hat mich damals ziemlich mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen! Weil der... Ähm... Hatte eine richtig coole Stimme gehabt und so weiter! Und leider ist der dann... So früh dann auch schon verstorben! Auch Robin Williams ist viel zu früh gestorben! Muss ich ganz ehrlich sagen! Das hat mich mitgenommen damals! Weil Robin Williams ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler gewesen! Und so weiter! Auch... Die Westen sterben ja sowieso irgendwie gerade in letzter Zeit! Finde ich übel! Ganz ehrlich! Der Prinz ist ja jetzt gestorben! Äh... Roger Cicero ist gestorben! Äh... Wer ist noch gekriegt? Wer ist noch gekriegt? Abgekratzt! Klingt ein bisschen fies jetzt gerade so! Aber... Trotzdem! Ich fand das echt übel! Jaja... Ja... Ähm... Leonard Nimoy! Ist auch tot! Okay! Soviel zu teilen meiner Theorie, dass hier bloß blaue sind! Wir haben jetzt nur einen schwarzen und einen ähm... Und einen weißen bekommen! Hä? Ich... Kein Ding! Ich schieß den doch voll ab! Alter! Du blödes Viech! So, mit diesem fliegenden Teppich müssen wir doch nicht überall hin fliegen jetzt hier! So, aber natürlich nicht zu tief fliegen! So, nach oben bitte mal! Nach oben! Bitte nach oben! Ähm... Warum muss ich immer springen, um hoch zu kommen? Das ist doch blöd! Er hätte doch einfach hoch... Also wenn er hoch gucken könnte, so... Das würde vorher ausreichen! Aber nein! Ich muss natürlich... Also runter gucken geht, so! Hör mal! Den Typen will ich platt machen! Der Typ wird platt gemacht! Ja! 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 Ich hab's gewusst! Und was ist da? Dreh mir! Herzen! Juhu! Läuft doch wunderbar gerade, oder? Ich bin sehr zufrieden gerade! Wir haben... Äh... Ja! Mit den Stempeln läuft wunderbar! Mit den Stempeln läuft wunderbar! Und natürlich auch mit den Garn-Dingern und so weiter! Oh! Ein Wolkending! Jetzt gibt's schon Wolkendinger von denen! Was kommt als nächstes? Nein! Ich will runter! Ich will runter! Ich will runter! Ich will runter! Hahaha! Jetzt kriegst du mich nicht! Du kriegst mich nicht! Mann! Ich will da runter! Blöder Wind! Blöder Wind! Danke! Das hätt' ich auch alleine geschafft! Blöder Wind! So, du! Weg! Ich will keiner haben, du blöde Pflanze! Warum immer nicht immer diese Pflanzen? Die Pflanzen gibt's wirklich in... jedem Mario Jump'n'Run-ähnlichen Spiel und so weiter gibt's dann immer diese Pflanzen! Man könnte auch... Bowser könnte auch ganz andere Gegner nehmen, oder? Äh... Das war ein Volltreffer! Du blödes Vieh! Lass mich doch einfach mal in Ruhe! Meine Arbeit! Jo! Komm her meine Lieben! Ah! Da geht's weiter! Ah! Guck mal da oben! Ist da was versteckt! Oh! Was wollt ihr denn jetzt so? Als ob ich Angst habe vor diesem kleinen Scheigeist mit ihrem Pika! Ich fliege nach oben! Ich fliege nach oben! Ich bin da noch ein bisschen höher, bitte! Ich bin da noch ein bisschen höher! Ich bin da noch ein bisschen höher! Dann mach ich doch mal ein bisschen so! Ich komm' nicht hoch! Ich komm' nicht hoch! Ach, warte mal! Halt! Nee, den! Ich nehme mal den kleinen mit! Der große passt da nicht rein! Deswegen nur mit den kleinen! Komm' hoch! Mein kleiner Teppich! Mein süßer kleiner Teppich! Und weg sind wir! Na gut, was jetzt da drin ist! Ah! Das nächste Garn! Interessant! Wir sind stärker als der Wind! Und wir haben das Garn! Das war alles! Nur einfach ein Garn! Was ein bisschen mit Wind unterstützt wird! Uhu! Ah! Wie komm' ich denn da hin? Verdammt! Das war jetzt irgendwie blöd! Das hat er irgendwie jetzt besser sein können! Nein! Wie viel hoch! 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 Wie blödes wie ich! Ich wollte grad sagen, ich fall' jetzt auch ganz verfordert! Manometer! Warum fängt man immer bei diesem blöden Checkpoint an? Oh! Ein grüner! Und alles nochmal vor Worte sammeln! Und dann los dahin, 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 dahin! Danke! Jetzt darf ich wieder das Garn wieder sammeln! Ich hätte auch leider gar keine Dinger mehr! Und da oben war jetzt nichts mehr gewesen! Den da muss ich mir holen, damit ich da hochkomme! Mann, dass ich immer noch hoch springen muss! Das ist zum Hatschen! Hoch! 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 Bring' mir hoch! Bring' mir hoch! Hoch! Und wir haben's geschafft! So! Da lang, bitte! Das war da nochmal drinnen! Ach so! Ja gut! Das kann ich auch später wollen! Das hol' ich mir später! Das hol' ich mir später! Das hol' ich mir später! Und da rein, mein lieber Yoshi! Oh! Der Pater ist schon wieder vorbei! Ich sag' doch runter! Runter! Dankeschön! Und auf Wiedersehen! Schaut doch mal wieder rein! Bei nächsten Yoshi! Pater ist viel frei! Dann seid ihr mit dabei! Ich hab' es weiter! Dann gehen wir wiedersehen! Ey! Dürfte ich den Typen bitte noch platt machen? Dankeschön! Danke, mein kleiner Freund! So, Freunde! Ja, das war's wieder für heute! Von Yoshi's Woolly World! Ich hoffe ihr hattet wieder viel Spaß! Ich hab's auf jeden Fall! Wir haben wieder viel, viel gesehen! Und weiter und so fort! Warum ist die Pflanze wieder da? Ich muss die Pflanze drüber wischen! Danke! Äh, würdest du bitte? Würdest du bitte? Dankeschön! So, wie komm' ich da jetzt runter? Das will ich noch ganz schnell rausfinden! Hm! Nee! Schon von anderer Seite! Wie komme ich da zu diesem Ding hin? Lass mich mal drüber runter aus! Aha! Komm her! Komm her! Ich steh' genau davor! Danke! Juppi! Wir haben das erwischt! Und wir jetzt wieder... Ich hab' schon wieder eine... Blöde... Egal, Freunde! Wir sehen uns im nächsten Mal wieder! Danke fürs Zuschauen! Und rein gehauen! Und vorbeischauen! Tschüss!